Minecraft, warum? Ihr kennt das doch sicher, ihr seid verloren in einer Wüste und wollt erstmal was essen. Ihr habt davon nur Zombies gekillt und habt verrottetes Fleisch. Dann esst ihr das und ihr bekommt Hunger, natürlich! Dann findet ihr endlich mal eine andere Essensquelle und... Warte mal, warum heißt der Hase so komisch? Auf jeden Fall freut ihr euch auf das Essen, endlich kein Hungereffekt mehr und dann... Es kommt wieder Hungereffekt, natürlich! Es gibt so viele Essensarten, wo man Hunger bekommt. Wieso führt ihr sowas ein, Minecraft? Ich meine, man isst ja nicht, um noch mehr Hunger zu haben. Oder bin ich blöd? Und da fällt euch ein, da hinten wäre ein Dorf gewesen. I'm done.